Was tut sich im deutschen Film? Was tut sich im deutschen Film? Willkommen, lieber David in Frankfurt. Vielen Dank. Ja, was hat es mit dem Preis auf sich? Achso, wir liefen jetzt auch parallel beim Golden Spatz, das ist so ein Kinder- und Jugendfilmfestival, da haben wir den Publikumspreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch schon mal, nochmal einen Applaus auch dafür. Aber das ist natürlich bei weitem nicht das Entscheidende, was für diesen Film relevant war, nämlich ihr habt zum einen die Premiere auf der Berlinale gehabt in einer ganz tollen Gala, wurde sehr gefeiert, auch dort schon und dann habt ihr es geschafft, die Millionen zu knacken im Kino, was wirklich was Besonderes war. Erzähl uns ein bisschen, wie dieses Jahr deine Reise mit diesem Film verlaufen ist. Oh, das ist ja nicht nur ein Jahr, sondern inzwischen auch schon mehrere Jahre praktisch von dem Moment, wo ich dann zum ersten Mal den Roman in der Buchhandlung entdeckt habe, sozusagen. Anlagen, dann Felix kennengelernt habe, der damals auch noch gar nicht bekannt war und dann mit ihm das Buch geschrieben habe und so weiter, das ist alles jetzt schon wirklich mehrere Jahre praktisch so. Aber dieses Jahr war das Jahr der Herausbringung, angefangen in Berlin, dann eine große Premiere in der Gruppierstadt und dann sind wir auf große Kinotour gegangen, also in 15 verschiedene Städten, waren wir dann eben nochmal, um auch eben, ähnlich wie hier, dann auch so Fragen zu beantworten nach dem Film. Und mich freut eben auch, dass es eben über eine Million Zuschauer gegeben hat im Kino und vor allem auch sehr viele junge Leute. Und das fand ich total schön, dass es irgendwie möglich war, die auch wieder so ein bisschen ins Kino zu locken. Was ich auch ganz toll finde, du hast gesagt, das liegt dir besonders am Herzen, diese Kinotour. Also was ist das, was es besonders macht, so auf Reisen zu gehen mit dem Film und dann zu sprechen? Ach so, genau. Das ist eigentlich immer auch so ein guter Abschluss praktisch. Also das heißt, man hat ja jetzt wirklich lange an dem Film gearbeitet und das endet dann damit praktisch. Und da ist eigentlich das schon wirklich sehr cool, eben so dann auch mit Publikum zu sprechen, den dann nochmal in so verschiedenen Städten zu erleben und so. Und das gibt dann dann so auch viel Energie für das nächste Projekt dann. Die Energie werden Sie jetzt auch gleich im Film sehen. Sonne und Beton ist ein sehr energievoller Film. Magst du uns vorweg irgendwas mit auf den Weg geben? Nein. Wunderbar. Alles weitere danach im Gespräch mit Ulrich Sonnstein. Schon mal großen Applaus. David Nent. Viel Spaß bei Sonne und Beton. David Nent, der Regisseur von Sonne und Beton. Ja, ist an jetzt. Und Ulrich Sonnstein, der das Gespräch führen wird. Nehmt Platz bitte. Und für alle, die das Prozedere noch nicht kennen, die beiden werden erstmal ein bisschen unter sich reden. Und dann haben Sie auch nach einer Weile die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber jetzt hat Uli Sonnstein schon mal das Wort. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass Sie noch da sind. Ich nehme mal diese letzten Töne des Films zum Anlass, über die Musik zu reden. Dieses Stück Sonne und Beton ist ja quasi so ein All-Star-Projekt. Da haben dann alle Rapper, die im Film beteiligt waren, zusammen gespielt. Wer hat es geschrieben? Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Part geschrieben. Also hauptverantwortlich war Enno, der sozusagen den Abdul spielt, der etwas kompulentere Rapper da mitgespielt hat. Der hat da sozusagen den Beat gemacht. Und der hat, der war wirklich hinterher, dass alle da auch wirklich mitmachen und ihren Beitrag da ein... Und der hat auch das Musikvideo dazu gedreht und so. Aber sonst hat jeder so seinen Text geschrieben. Wie wichtig war das, dass die Musik authentisch aus der Rapper-Szene kam? Und wie viel Arbeit hat das gemacht? Also insgesamt war das mit der Musikgestaltung ein längerer Prozess praktisch so. Also es war schon im Roman klar, es gab da schon so explizit genannten Songs von 2003 praktisch so, die damals wichtig waren. Und von denen sind einige auch im Film. Dann haben wir aber eine Ebene, wo es auch wirklich so Score gibt, wo ein Komponist das gemacht hat. Und wir haben auch eigene Songs erstellt praktisch so. Und die, da war natürlich nicht unbedingt wichtig, dass die so historisch akkurat sind, sondern dass die irgendwie davon vielleicht inspiriert sind von der Zeit, aber einfach zu dem Film, zum Gefühl, dass Szenen passen und so weiter so. Und wir haben eben auch mit vielen Rappern zusammengearbeitet für die Generationen der älteren Brüder sozusagen und auch mit vielen, die aus der Gruppelstadt kamen so. Und bei denen, die haben dann eben auch sehr viel mitgemacht bei der Musik praktisch so. Und hat sich das so auseinanderentwickelt, dass du gesagt hast, du brauchst natürlich diese Musik und hast dann im Kontakt mit den Rappern gesagt, ach eigentlich können die auch auf der Szene mitspielen oder wollten die das gerne? Wie kam das? Das Erste war wirklich so, erst ging es um die Filmerstellung und das Casting praktisch so. Das heißt, die Musik war dann auch erst für später reserviert, weil wir genug einfach zu tun hatten, überhaupt den Film zu drehen. Und das heißt, da war einfach nur die Idee, wir haben ein großes Streetcasting gemacht, um die Jugendlichen zu finden, das war schon sehr aufwendig. Aber für diese etwas Älteren praktisch, da wollten wir eben auch gerne frische Gesichter halt haben und die wir noch nicht so oft gesehen haben und die aber auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit mitbringen. Und da war eben die Idee, da einfach auch Rapper zu casten praktisch. Und das haben wir gemacht und viele sind auch wirklich gekommen ins Casting, weil die dann auch so ein bisschen die Geschichte, weil es einen Roman gab, sich damit auseinandersetzen konnten und die das irgendwie gut fanden und die haben sich darauf eingelassen. Und das war eigentlich wirklich sehr bereichernd, weil es dann doch eigentlich viele gab, die auch wirklich spielen konnten, die sich auch getraut haben zu spielen und so und die auch wussten, wie wichtig es ist, auch trotzdem glaubwürdig dabei zu sein. Und das war einfach so eine große Bereicherung, da einfach so ein breites Ensemble kreieren zu können. Ich habe gelesen, dass Felix Lobrecht, der Romanautor und letztendlich Urheber der Geschichte oder Erlebende der Geschichte, den großen Bruder Marco selber spielen wollte und dass du dann aber entschieden hast, nee, nee, er kriegt eine kleinere Rolle. War das eine Art Konflikt? Nein, also das war natürlich für ihn ein Herzensprojekt und wir haben sehr eng zusammengearbeitet beim Drehbuch, aber es war immer klar, dass jetzt alle Rollen wirklich durch Casting besetzt werden und nicht irgendwie, ja, weil er Felix ist, kriegt jetzt die und die Rolle praktisch. Das heißt, er war auch wirklich dann da beim Vorsprechen, war auch mehrmals da und kann auch wirklich spielen praktisch, aber ich habe dann gemerkt, dass er natürlich auch sehr, sehr Felix auch ist sozusagen so praktisch und sehr nah bei sich spielt, was ja auch eigentlich gut ist praktisch. Und deswegen hat er sich so dem aber gestellt, ist gekommen, auch wenn er klar war, er bekommt die Rolle jetzt nicht automatisch und am Ende hat sich dann eben Louvre, der jetzt den Bruder gespielt hat, dann durchgesetzt praktisch. Ich habe oft schon gesehen, dass Komparsen im Abspann erwähnt werden, aber noch nie so viele. Zum einen, warum gab es so viele Komparsen oder musste es so viele Komparsen geben und wann hast du dich entschieden, sie alle einzeln im Abspann zu erwähnen? Also wir haben ja auch schon durch dieses, also wir haben ja so ein aufwendiges Streetcasting gemacht, wo wir wirklich viele herangeholt haben für die Hauptfiguren praktisch. Es gab aber nur Hauptfiguren, aber wir konnten dann aus denen aber auch schöpfen praktisch für die ganzen Nebenrollen, die es gab und die kleineren Rollen. Und es geht ja auch darum, praktisch schon ein Viertel zum Leben zu erwecken. Das heißt, es ist ja eine ganze Schule, die wir praktisch zum Leben erwecken mussten. Das waren ja die Sommerferien, das heißt die Schulklasse, aber auch überhaupt die, das heißt alle, das waren schon viele praktisch, aber auch für viele andere Szenen. Und das waren halt eben, die haben eben auch, wenn die keinen Text im Drehbuch hatten, ganz viel halt mitgestaltet sozusagen, also auch die Schulklasse. Das war ja nur so eine Stimmung in der Schulklasse, weil die auch alle mitgemacht haben, auch wenn die nicht explizit benannt waren, im Drehbuch oder so. Das heißt, die haben natürlich alle einen ganz großen Beitrag geleistet zu dem Film und deswegen war es natürlich auch wichtig, die zumindest da auch wirklich zu erwähnen. Also es waren ja keine ganz normalen Agenturkomparsen, die da kurz kommen und dann einfach irgendwie rumstehen und dann wieder gehen, sondern die haben ja wirklich so richtig da ganz auf eine ganz andere Art mitgemacht. Street-Casting, sagst du, wie hat man sich das vorzustellen? Seid ihr in der Gruppio-Stadt rumgelaufen, habt Leute angesprochen oder gab es da einen extra Casting-Agent? Wie verlief das? Nein, es war ja für mich klar, dass das Casting ganz entscheidend ist bei dem Film, dass alles davon abhängt und dass es auch gleichzeitig sehr jung besetzt werden soll. Und das heißt, da war mir wichtig, einen Casting-Prozess zu haben, wo man wirklich mit genug Zeit, mit genug Geld und so weiter, da wirklich viele sehen kann, um dann wirklich dadurch die Besten zu finden. Und wir haben das verschieden aufgestellt. Wir hatten eine Casterin für die Erwachsenenrollen, die aber auch die Rapper dann zum Beispiel mit angeschrieben hat, eingeladen haben. Wir haben eine erfahrene Jugend-Casterin gehabt, Jacqueline Reeds, die auch eine eigene Schauspielagentur hat. Und über die haben wir zum Beispiel alle, die schon jemals irgendwie mitgespielt haben, die bei einer Agentur sind, alle jungen Schauspieler, durch die abgecovert sozusagen. Die hat sozusagen die dann ins Casting geschickt. Und dann haben wir aber selber noch ein Street-Casting aufgesetzt, eine Frau als Regieassistentin, und die hat das sozusagen organisiert, dass wir in Berlin mit einem Team von Street-Casters, aber auch mit uns selber, wirklich fast alle Schulen abgeklappert haben. Nicht nur in Gruppelstadt, sondern in ganz Berlin. Wir waren auch bei Jugendzentren, haben mit Jugendzentren auch zusammengearbeitet, wir waren in Shopping-Malls und so weiter, um möglichst viele Jugendliche zu finden. Und über Felix haben wir auch noch bundesweiten Aufruf gemacht, wo sozusagen Leute sich zunächst mit Foto oder mit Video bewerben konnten. Und von denen haben wir dann auch Leute eingeladen nach Berlin praktisch. Und dann mussten die alle nochmal ihre Runden machen. Das war halt eben sehr aufwendig. Aber dieser Prozess garantiert geradezu, dass man am Ende dann auch wirklich, wirklich gute Leute findet. Das galt dann auch für die vier Haupthersteller? Ja, gerade die. Also vor allen Dingen hat man die gesucht. Und wie so ein Beifang hat man dann aber auch Leute gefunden für die anderen Rollen dabei. Das ist schon, ich meine, die tragen den Film, weil sie ja eine wahnsinnige Authentizität haben. Wie war es aber mit dem schauspielerischen Know-how? Hast du viel geprobt? Oder hast du denen einfach, weil sie ja die Street-Credibility hatten, hast du denen das überlassen? Nein, auch da ist der Prozess im Casting ja so wichtig. Also ich habe mir für jede Rolle überlegt, okay, was muss die eigentlich leisten können? Also Julius ist dann jemand, der muss auch noch so richtig extrovertiert spielen und auch groß spielen und so weiter. Bei Lukas musste man eher emotional auch nahe kommen. Und das heißt, jeder musste was unterschiedlich leisten können. Ich habe versucht, das Casting und die Szenen, die man da gemacht hat, so zu machen, um das jeweils zu testen praktisch. Und der Vorteil ist, wenn die das dann im Casting dann gezeigt haben oder gezeigt haben, was sie das können, war das dann eben schon ein wichtiger Schritt zur Rolle dann praktisch so. Dann haben wir danach natürlich, sind zusammen weggefahren praktisch für eine Woche, wo die sich so kennengelernt haben, wo die so zu Freunden geworden sind. Wir haben aber auch im Casting natürlich auch immer schon geguckt, dass sie auch mit der Sprache umgehen können. Das heißt, nach diesem Prozess plus diese Proben waren wir dann schon sehr, sehr weit praktisch so, wenn dann wirklich der eigentliche Dreh losging. Was ich so für mich festgestellt habe und ganz witzig fand, in dem Moment, wo Jörg Hartmann auftaucht, merkt man sofort, weil er aus der Professionalität des Schauspiels ein Fremdkörper ist, dass er auch in dieser Wohnsituation ein Fremdkörper ist. Er ist ja sozusagen bürgerlich und hat diese bürgerlich-christlichen Werte, der Klügere gibt nach und so. Und diese Fremdheit ist aber auch schon qua Schauspieler-Berühmtheit. Ist das dir auch bewusst gewesen? Also die Rolle sollte so angelegt sein, dass es jetzt nicht irgendwie, es geht ja nicht darum, dass auch die Eltern alle Assis sind oder sowas, sondern es war halt eben auch wichtig, dass es eben auch sein kann, dass der Vater durchaus auch bürgerliche Interessen haben und Musik gehört und Zeitung liest und so weiter. Und trotzdem natürlich mit einem 14-jährigen Sohn dann auch nicht immer weiter weiß, wer das Richtige macht praktisch. Das war natürlich wichtig praktisch. Und dann habe ich natürlich trotzdem versucht, dass insgesamt das Ensemble nicht auseinanderfällt, sondern alles zusammenpasst sozusagen, sodass der auch eben nicht erst im falschen Grund wegbricht von den jungen Darstellern. Und dass er wahrscheinlich eine höhere Prominenz hat, war dabei egal? Ja, das spielt keine Rolle. Und die Geschichte ist ja, also ich nehme das mal an, dass die Geschichte mit dem PC-Diebstahl eher der fiktive Teil ist, aus Sonne und Petain aus dem Roman und das Umfeld eher authentisch ist. Wie weit hast du dich auf die Erfahrungen von Felix Lobrecht verlassen und wie weit hast du selbst noch das Milieu recherchiert? Also in dem Fall gab es da eben schon sehr viel Stoff natürlich im Roman sozusagen. Das ist jetzt auch nicht eins zu eins seine Biografie, sondern er hat das natürlich auch da fiktionalisiert. Das heißt, auch verschiedene Freunde, Sachen, die ihm selber, die Freunden passiert sind, zusammengezogen sozusagen, anders gemischt. Ich glaube, dieser Zeitungs-, dieser Einbruch in die Schule war ein Zeitungsartikel, den er gelesen hat, zur Zeit, als er es geschrieben hat, wo tatsächlich das irgendwie passiert ist. Also er ist nicht selber in der Schule angebrochen, sondern das hat er sozusagen irgendwo gelesen. Aber viel steckt da eben drin von Sachen, die ihm sonst passiert sind oder Freunden passiert sind. Aber es ist trotzdem natürlich durch diese neue Zusammenstellung ein fiktives Werk praktisch. Aber das war natürlich, er hat trotzdem auch gerade beim Drehbuchschreiben ein sehr gutes Gespür für die Sprache, also wie eine Figur spricht, wie das authentisch ist, das war sehr, sehr wichtig beim Schreiben, das auf jeden Fall beizubehalten. Bis auf deinen Debütfilm und deinen Abschlussfilm hast du alle deine Filme im Team geschrieben, also mit jemandem zusammen. Was ist das für eine Form von Arbeit? Und gerade hier, wo du sozusagen auf jemanden triffst, der seine eigene Geschichte erzählt oder Großteile seiner eigenen Geschichte erzählt, wie gehst du dann damit um? Habt ihr zusammengeschrieben? Habt ihr euch Bälle zugespielt? Oder hast du sozusagen Redigierfunktionen gehabt? Also bei allen Sachen gab es irgendwo irgendwie jemand, der mitschreibt. Aber es war immer sehr, sehr unterschiedlich sozusagen, sowohl der Umfang und auch die Art des Zusammenarbeiters. Also jedes Mal wieder was Neues praktisch. Und hier mit Felix hat sich das eben dann so ergeben praktisch, dass ich hauptsächlich geschrieben habe praktisch und er aber vor allen Dingen auch die Dialoge und die Sprache weiter da gemacht hat und weiter geguckt hat, dass auch Szenen, die jetzt nicht im Roman sind, die auch irgendwie von der Sprache richtig passen. Und ich habe eher nach der Struktur geguckt sozusagen, dass es eben vom Roman weg mehr zum Film passt, dass es sozusagen noch mehr ein Kausal, noch größere Kausalketten gibt, dass manche Figuren weg sind, manche Figuren dafür ein bisschen stärker im Vordergrund sind. Und so hat es das aber gut ergänzt einfach. Habt ihr euch mal über gewisse Szenen oder Abläufe gestritten, auseinandergesetzt oder war das eine rein harmonische Zusammenarbeit? Nee, nee, nee. Wir haben durchaus auch viel gestritten praktisch so. Aber es war immer sehr konstruktiv, also immer im Sinne von, dass wir beide wollten, den bestmöglichen Film zu machen praktisch so. Du hast ja so ein Faible für Geschichten über jugendliche Außenseiter. Dein erster Film, Die Kriegerin, war ein Film über Neonazis, dann Feuchtgebiete, auch eine junge Außenseiterin als Protagonistin. Du bist allerdings in einem Diplomatenhaushalt aufgewachsen. Wie kommt das Faible für diese Form von Subkultur? Also ich bin tatsächlich oft umgezogen praktisch und dadurch vielleicht irgendwie musste ich mich auch immer so anpassen an neue Situationen und irgendwo neu reinkommen. Deswegen liegt mir das auch nahe, fällt mich auch in andere Milieus auch einzuarbeiten praktisch. Und alle Figuren oder alle Filme, die ich gemacht habe, da gab es immer irgendwie was, was mich halt einfach brennend interessiert hat. Bei Kriegerinnen war es immer ein Neonazimädchen, und mich hat da eben interessiert, warum überhaupt ein Mädchen oder eine junge Frau eben in diesem Milieu ist und in dieser Ideologie ist, wo sie doch eigentlich nur Platz in der Küche oder als Mutter hätte und so weiter, warum gerade die dann sich da so engagiert praktisch so. Also oft ist eben so eine Frage, die ich versuche, mit den Filmen dann auch zu beantworten. Und da bei Feuchtgebiete fand ich es so spannend, praktisch im Roman schon so, also da ist ja viel Humor und alles und so, aber wie vielschicht diese Figur ist und dass man die so ganz schwer greifen kann so. Und dass es eigentlich so ein Porträt dieser Figur ist und man versucht, dieses Rätsel dieser Figur eben zu lösen praktisch. Und ja, genau, das sind einfach, was soll ich sagen, das sind einfach Sachen, die mich interessieren und so weiter und bestimmt hat das natürlich mit mir zu tun, mit meinem Aufwachsen und so weiter. Aber ich glaube, so diese Neugier auf andere Milieus kommt vielleicht, weil ich einfach tatsächlich auch so oft umziehen musste und oft neu irgendwo reingehen musste. Ich habe so versucht zu visualisieren, wie ihr wohl zusammengearbeitet habt und bei gemischtes Hack ist das ja auch so eine schräge Zusammenkunft. Also eine ist Arztsohn, der andere eher aus proletarischen Zusammenhängen und dadurch entsteht so eine gewisse Spannung. Und ich habe mir vorgestellt, dass das bei euch vielleicht ähnlich gewesen ist. Auf jeden Fall, weil ich jetzt nicht erst in die Stadt komme praktisch, aber wie gesagt, Felix ist halt wirklich sehr klug und also sehr schnell im Kopf. Das heißt, wie es so ist, wir sind unterschiedlich und ergänzen uns so und auf anderer Ebene haben wir uns aber auch sehr, sehr gut verstanden praktisch so. Aber es war eben in dem Fall glücklicherweise haben wir uns da sehr gut insgesamt ergänzt praktisch so. Also auch wenn wir jetzt nicht, wir sind jetzt auch nicht so diametral entgegengesetzt. Wir haben auch viel Gemeinsamkeit und so trotz allem. Ja, aber es hat sich zum Glück so gefügt. Der Roman war jetzt nicht so erfolgreich wie Feuchtgebiete, aber er war immerhin schon bekannt. Als du Feuchtgebiete gemacht hast, hast du ganz bewusst mit einem absoluten Bestseller zu tun gehabt. Hier ist es ähnlich. Wie gehst du mit solchen Stoffen um? Hast du da großen Respekt oder denkst du, ach, das können wir einfach mal machen? Also im Vordergrund steht halt immer so, dass es irgendwie was geben muss in dem Roman, was mich eben interessiert praktisch. Und ich mochte Feuchtgebiete tatsächlich gerne, weil ich irgendwie die, also ich bin auch die Generation vielleicht von Charlotte Roche und so und irgendwie habe ich diesen Humor verstanden und ich habe irgendwie gedacht, dass es eben sehr, wie so ein Gedicht ist, auch sehr viele poetische Seiten. Ich habe jetzt auch nicht so die reine Provokation da nur drin gesehen praktisch. Und ich fand es aber sehr spannend, gerade so etwas, was so sperrig irgendwie ist, was nicht so einen ganz klaren Potenzial hat oder so, so umzusetzen. Das hat mich halt eben auch inspiriert, wie kann man das dann eben trotzdem visuell oder zum Film umsetzen. und so. Und das spielt eine Rolle praktisch so. Nicht unbedingt das, oh, dass ich mir jetzt aussuche, was ist denn jetzt ein Bestseller oder so und dann das mache, sondern es muss immer was sein. Und dem kann man dann auch vertrauen. Also wenn einem das dann Energie gibt, dann hat man auch die Energie, das eben auch zwei, drei Jahre lang durch weiter zu verfolgen und dran zu bleiben. Also mir hat tatsächlich der Film bei Feuchtgebiete sehr viel besser gefallen als das Buch, weil da die Szenen alle motiviert waren und im Buch hängt es quasi so ein bisschen unmotiviert nebeneinander. Und was ich ganz witzig fand, was auch hier wieder auftaucht, dass du diese inneren Synapsenbewegungen, Gehirnströme gerne dann in Bilder umsetzt. Wie kommt es dazu? Ja, so langsam nach irgendwie so vielen Filmen fange ich an mich zu wiederholen, aber auch da ist es natürlich so, dass wir immer wieder natürlich auch in die Sachen interessieren und so weiter so. Und ich finde immer gut auch so ein bisschen, gerade wenn es so ein härteres Thema oder so ein tristeres Thema ist, dass man trotzdem auch etwas spielerisch da auch rangeht sozusagen. Das muss ja dann nicht sein, dass dann auch die Umsetzung alles grau und traurig ist oder so, sondern dass man eben auch mit so einem, nicht sich so scheut vor Effekten oder nicht dann immer sofort Angst hat, oh, das ist jetzt alles effektischerisch, wenn man dies macht oder das macht, sondern dass man eher mit so einer Freude an der Erzählvielfalt da rangeht und so weiter und dann eine erzählerische Mittel praktisch so. Und das ist, denke ich, dann bei allen Filmen dann auch so ein bisschen so. War das eigentlich schwierig, diesen Stoff umzusetzen? Ich meine, Felix Lobrecht ist Autor des erfolgreichsten Podcasts Gemischtes Hack der Bundesrepublik. Er ist quasi ein Star auf dem Gebiet. Seine Geschichte zu erzählen, ist wahrscheinlich innerhalb der Förderung relativ einfach durchzusetzen. Also, der Anfang, als ich diesen Moment entdeckt habe und wir geschrieben haben, das ist schon ziemlich lange her. Da war das Buch noch, da hat wirklich kaum was verkauft. Das heißt, das war kein Argument. Und auch Felix, das war noch vor der Zeit, bevor er mit seiner Comedy wirklich so richtig Arenen jetzt gefüllt hat, wie er es jetzt gemacht hat. Das heißt, auch gerade in Förderung, viele kannten die jetzt nicht packt das schon. Und trotzdem war es natürlich für viele erstmal oh man, irgendwie so ein trister Film aus dem Plattenbau, Sozialdrama und so, das klingt schon nach Kassengift. Deswegen war es jetzt nicht so einfach, aber auf der anderen Seite hat es dann, was soll ich sagen, es hat auch dann auch irgendwie, dann alle Förderungen haben auch geklappt und wir wurden auch sehr unterstützt und gerade auch Medienboard oder Mitteldeutschland hat uns, will ich auch sehr früh an uns geglaubt und deswegen lief es dann auch wieder ganz gut. Aber dass ihr über eine Million Zuschauer macht, das war dann doch für alle überraschend? Ja. Also meine Hoffnung war vor allen Dingen, junge Leute zu erreichen und die ins Kino zu locken, aber man muss jetzt schon auch sehr viel zusammenkommen, auch an glücklichen Umständen, sodass es dann eben so gut geklappt hat. Ich habe schon ein bisschen im Netz nachgeguckt und habe viele Leute oder einige Leute gefunden, die sich über die Altersfreigabe aufgeregt haben, ab zwölf und das würde doch zur Nachahmung einladen und das wäre irgendwie doch, man sollte doch das mindestens ab 16 machen. Was ist dein Argument? Also auch die Alters, es ist eine Empfehlung auch für Eltern so. Also was soll ich sagen, es gibt bestimmt Jugendliche, die sind mit 16 noch sehr kindlich und die werden vielleicht verstört oder so und andere, die verstehen das aber auch genau richtig, auch schon mit 12 sozusagen. Also ich habe nicht so sehr Angst, dass nur wenn jemand im Film kifft, dass es so eins zu eins alles so nachgemacht wird und so. Man muss auch gerade Schülern oder jungen Leuten auch für sich zutrauen, auch Sachen auch differenziert betrachten zu können und auch mit Ambivalenz umgehen zu können. Aber diese Altersfreigabe entbindet jetzt auch nicht die Eltern sozusagen, die müssen da auch selber auch so ein bisschen ihre Kinder jeweils einschätzen so und wie weit die sind. Was für ein Verhältnis hast du denn zur Lebensrealität deiner Protagonisten? Wie gesagt, ich komme nicht aus der Gruppiestadt, ich bin anders ausgewachsen, aber ich fand auch in dem Roman schon, also dass jeder, der 14 mal war, sich damit auch trotzdem mit Sachen identifizieren kann. Das fand ich eben das Tolle an der Geschichte, dass es eben auch so Jungsein oder ein Junge sein mit 14 sehr sensibel und sehr differenziert eingefangen hat. Und das sind auch so Punkte, glaube ich, wo sich auch jeder mit verbinden kann. Was ich ganz erstaunlich fand, vor allen Dingen bei der Menge der Komparsen, die da mitgemacht haben, dass du ja fast 60 Tage mitten in Corona gedreht hast, also 2021, wie ist das abgelaufen? Das hat natürlich alles nochmal auf die verschiedensten Weisen schwierig gemacht, also bis hin zu bei Casting, weil dann auch die Regel so klar war, wie macht man das, was darf man überhaupt, was nicht. Das mussten wir auch selber so dann finden, so mit Luftfiltern und Fenster auf und Abstand und wann testet man und so weiter. Das war ein Riesenaufwand und so. Und es hat auch andere Sachen natürlich schwieriger gemacht, weil selbst so etwas wie Drehgenehmigung für den Park oder so war fast unmöglich zu kriegen, weil auch die Ämter in Berlin alle überlastet waren wegen Corona, wegen allen möglichen Sachen. Das heißt, es hat vieles natürlich kompliziert gemacht. Felix ist zehn Jahre jünger als du, ungefähr, knapp. Ist das schon eine andere Generation? Ja, also ich bin wahrscheinlich noch so Generation X und der ist dann ein Millennial, wenn man das so betrachten will. Aber was soll's, also da muss man auch gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern wenn man sich so auf den Stoff konzentriert, auf das Innerliche, was das für ein Film sein soll, wenn man da was Gemeinsames hat, spielt das eben nicht so eine Rolle, denke ich. Es gibt so Momente, diese Szene mit dem Handy zum Beispiel, da weiß man, das ist plötzlich ein Historienfilm. Das ist nicht unsere Gegenwart. Das heißt, du musstest auch schon irgendwie Zeit mitbedenken, oder nicht? Auf jeden Fall. Und das ist natürlich noch dann noch so Anfang 2000er, war ich sicherlich schon ein bisschen älter als er. Das heißt, das ist natürlich auch noch viel mehr seine Zeit, wo er 13, 14 war praktisch. Aber wir wollten das so ein bisschen locker machen praktisch so, also dass es nicht so im Vordergrund ist, sondern das ist klar in der Zeit verordnet von Kostümen, von anderen Sachen her praktisch. Aber ansonsten sollte man sich natürlich vor allem auf die Geschichte konzentrieren können. Sonne und Beton, das klingt so ein bisschen wie ein gebrochenes, romantisches Klischee. Wenn man dann aber nach Berlin guckt, dann hat man oft Regen und Beton. Habt ihr über den Titel diskutiert? Nein, ich fand ihn immer so prägend und es gibt ja in Berlin auch durchaus einen Sommer, der dann auch sehr heiß werden kann. Das stimmt, das gibt es auch. Aber es gibt auch genug Regentage und über den Winter wollen wir gar nicht reden. Diese rauschhaften Bilder, die eigentlich in all deinen Filmen vorkommen, vielleicht in den Fernsehfilmen nicht so sehr, fallen die dir ein beim Dreh oder planst du die vorher oder wie kommen die zustande? Das ist ganz unterschiedlich. Also alles, was mit Filmen zu tun ist, ist für mich immer so ein Prozess praktisch. Das heißt, es gibt dann oft dann manche Ideen, dann entwickelt sich das aber weiter, dann manches bleibt aber auch genauso, wie man mal geplant hatte. Mir ist immer wichtig, dass man auch immer mal wieder in Szenen auch dem Zufall oder Improvisation eine Chance gibt und so weiter so. Aber ja, genau, deswegen lässt ich das nicht so pauschal sagen. Aber es ist schon auch so, dass ich auch durchaus auch plane oder was vorbereite. Du warst als Regisseur von Chic vorgesehen, habe ich jetzt gelernt und wurdest dann durch Fatih Akin abgelöst. Warum? Das hatte wenig zu tun mit der Postproduktion von Er ist wieder da. Das hat leider dann doch so lange gedauert praktisch und Chic war genau da eingetaktet und konnte nicht verschoben werden und da war dann keine Chance mehr. Ich war schon in Vorbereitung zu Chic, aber der Prozess von Er ist wieder da, weil da so viele dokumentarische Teile waren, hatten wir ein sehr langwieriges Test-Screening-Verfahren sozusagen so praktisch. Und das heißt, das hat dann über ein halbes Jahr mindestens länger gedauert, als das geplant war und ich musste aber diesen Film natürlich zu Ende bringen, konnte jetzt nicht einfach da abhauen davon, dass es nicht möglich war, leider beides zu machen. Er ist wieder da, die Geschichte der Rückkehr Adolf Hitlers in das moderne Berlin. Das fällt so ein bisschen thematisch aus diesen jugendlichen Außenseitergeschichten raus. Chic hätte da noch reingepasst. Ja, ich würde auch, hätte mich jetzt auch bezeichnen als Spezialist für jugendliche Außenseiter-Sachen, so sicherlich eher für schwierige Figuren und da passt Hitler dann doch wieder. Ja, unbedingt. Du hast einen Ausflug nach Hollywood gemacht mit einem kleinen Film, The Sunlit Night. Hollywood ist jetzt auch falsch, das ist ein kleiner Indie-Film gewesen, also das ist eher nach Amerika vielleicht, aber nicht nach Hollywood. Nicht in die große Industrie. Warum? Also nach Er ist wieder da halt einfach Lust da drauf. Also ich wollte dann auch was machen, wo nicht gleich so ein großer kommerzieller Druck dann auf einmal dann doch dann wieder da ist, weil ich dachte, oh, dann direkt das nochmal jetzt irgendwie, weil das lief sehr erfolgreich mit Er ist wieder da und ich wollte dann mich aber so ein bisschen davon lösen, dass man nicht irgendwie in so eine Mühle gerät, jetzt immer nur so im Kino vollkrieg Filme zu machen und da gab es dieses Drehbuch praktisch, was mir geschickt wurde und ich fand es halt eben gut, weil es eben so ein ganz kleiner, zarter, poetischer Film ist und was ganz anderes so und ich dachte, da könnte ich irgendwie mal was probieren, ohne irgendwie Druck zu haben und habe dann irgendwie und gleichzeitig in Norwegen und in New York gedreht, das war halt auch cool und das alles mal zu probieren einfach. Wahrscheinlich hat er hier, ich habe ihn nicht gesehen, die meisten hier haben ihn auch nicht gesehen, überhaupt lief er in Deutschland nicht besonders. Wie kam das, ich meine, du hattest ja noch schon Namen mit relativen Erfolgsfilmen und Geschichten. Genau, aber das ist ja so aufgegangen, ich wollte ja was machen, wo ich mir keinen Druck machen musste und deswegen ist das so, habe ich versucht, das so ein bisschen unter dem Radar zu machen. Du hast auch mal als Darsteller mitgespielt, es war bei einem Film, den wir hier auch bei Was tut sich vorgestellt haben, live in Konzert von Christian Klandt, ist das ein Freundschaftsdienst Gemeinschaftsdienst gewesen? Ja, schon. Und was ich auch noch lustig fand bei Er ist wieder da, hast du die Rollennamen sozusagen aus den Namen der Darsteller übernommen, also Fabian Busch ist Fabian Savatsky, Katja Riemann ist Katja Bellini, Christoph Maria Herbst ist Christoph Sensenbrink und so weiter. War das ein Schreiner Scherz? Nein, aber also meine Verfilmungsidee für Er ist wieder da, war ja eben, dass man dieses Konzept, dass Hitler wieder da ist, mit filmischen Mitteln auch ernst nehmen kann praktisch und da war die Idee, das so ein bisschen Borat-mäßig zu machen, dass man wirklich mit dokumentarischen Mitteln da auch dreht, dass man wirklich mit Hitler agiert wie ein Agent-Provokateur praktisch und wirklich guckt, wie Leute reagieren, wenn er mit denen spricht und was der zu sagen hat und so weiter so. Und das musste aber immer noch verbunden werden mit der Romanhandlung praktisch so und das heißt, wir haben dann auch wirklich richtig dokumentarisch gedreht, wir sind also wirklich mit so zwei Autos einmal quer durch Deutschland überall hingefahren und haben vorbeutere Sachen gedreht, dokumentarisch, aber auch spontan gedreht und so und das aber alles eingebaut in so eine ganz klassisch gedrehte Handlung praktisch so und diese Vermischung von Echtem und Gedrehtem sollte sich da eben auch reflektieren sozusagen, dass auch die Schauspieler da so ein bisschen auch mit ihrem Namen drin steckten, um das irgendwie so zusammenzubekommen. Du bist glaube ich, was denn im deutschen Film zumindest für meine Wahrnehmung so eine Ausnahmefigur? Du hast mit deinem Abschlussfilm unglaublichen Erfolg gehabt und dann jeden weiteren Film sehr, sehr hohe Besucherzahlen. Ist das reines Glück oder kann man sowas schmieden? Was haben wir diesem amerikanischen Film? Ja, den lasse ich jetzt mal weg, den habe ich auch nicht gesehen. Nein, ich will das jetzt nicht, ich habe das Gefühl, ich jinxe das jetzt, wenn ich jetzt irgendwie was dazu sage. Also ich bin jedes Mal froh sozusagen, dass das so läuft, dass das funktioniert und ich weiß auch, dass das nicht sehr verständlich ist und dass es eben auch viel zusammenkommen muss sozusagen. Es kann auch eben sehr leicht passieren, dass man eben mit sehr viel Mühe und sehr viel Art der Arbeit auf was Gutes schafft und dann trotzdem sieht das dann keiner. Also das passiert eben auch sehr leicht so und ich bin eben sehr froh, dass das so funktioniert hat und jetzt auch noch so mit so jungen Zuschauern und so. Ja, genau. Würdest du sagen, du kämpfst dagegen die Struktur der deutschen Filmszene an oder nützt die dir in deiner Arbeitsweise? Ich schlüpfe so durch die Lücken, die es da gibt sozusagen. Also ich kann nicht sagen, dass ich sage, oh, ich mache das jetzt gegen alle Widerstände und die Filmförderung, sondern ich habe auch immer sehr viel Unterstützung erfahren. Also auch durchaus auch von den Förderungen oder so oder jetzt auch irgendwie bei dem Film, das ist jetzt der zweite Film, auch zusammen mit der Konstantin Film, die auch dadurch einen Film jetzt gemacht haben, der auch anders ist, als was sie sonst eben machen praktisch. Das heißt, es gab auch immer wieder Leute, die dann noch mir auch Vertrauen geschenkt haben und die mit mir zusammengearbeitet haben. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es jetzt so gegen alle Strukturen entstanden wäre. Ja, aber irgendwann hast du ja eine eigene Produktionsfirma gegründet, Seven Elephants. Aus welchem Impetus heraus zu sagen, ich will unabhängiger sein, ich will es mehr in der Hand haben, was ich mache oder ich will nicht, dass noch ein dritter Geld verdient an der Produktion. Also ich hatte das Glück, auch mit Produzenten zusammenzuarbeiten, die mir auch sehr Freiraum gegeben haben. Aber ich bin ja am Dreh dann immer so abhängig von Rahmenbedingungen, die dann andere teilweise schaffen sozusagen. Das heißt, ich bin dann am Set, was wir machen, und dann habe ich aber nicht wirklich alles bestimmen können. Das war so ein bisschen so die Idee, dass man eben, wenn man selber eine Produktionsfirma hat, vielleicht noch besser mitbestimmen kann, wo das begrenzte Geld dann genau hinfließt und so weiter. Und dass man da auch eben dann selber so etwas schafft. Und das macht natürlich auch Spaß, mit anderen Regisseuren auch eben so eine Firma aufzubauen. Das ist noch etwas anderes praktisch. Trotzdem finde ich auch gut, ab und zu nochmal auch mit einem anderen Produzent zusammenzuarbeiten, wo man den ganzen Ärger nicht selber am Hals hat. das sehe ich jetzt aber auch dadurch erst sozusagen so richtig, was das auch wieder für Vorteile hat, wenn man sich dann noch mehr nur auf die Regie und das Drehbuch konzentrieren kann. Aber ansonsten war es irgendwie auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt und wir sind mit drei Regisseuren, einem Produzenten eben so ein neues Modell von Firma vielleicht. Vielleicht nach dem Vorbild von X-Filmen. Auf jeden Fall, das gibt es sozusagen, aber natürlich gibt es auch Unterschiede und wir sind ja auch jetzt in anderen Zeiten und zusammenhängen und so weiter. Deswegen gibt es natürlich auch andere Sachen da. Wenn du die Entwicklung von X-Filmen anguckst, die ja auch wirklich angefangen haben, Sachen von sich zu produzieren und rauszubringen und relativ kleines Büro hatten und inzwischen in einer Villa residieren und quasi den gesamten Markt bespielen, ist das auch dein Ziel? Also wir sind immer noch beschäftigt, sozusagen Stabilität zu finden für unsere Projekte praktisch so. Also weil, wie gesagt, wenn jeder von uns an einem arbeitet, ist schon unser, wir sind auch relativ klein sozusagen, schon sehr angespannt sozusagen, weil auch unser Hauptproduzent Fabian dann auch alle drei dann betreuen muss und so weiter so. Das heißt, es wäre die Idee, später auch mal Filme von anderen Regisseuren oder Regisseurinnen zu produzieren praktisch. Da wollen wir halt hin. Aber im Moment sind wir noch beschäftigt, überhaupt erst mal so, das weiter aufzubauen. Du hast ja zwischendurch auch zwei Fernsehfilme gemacht, eine Folge von Strafe von Ferdinand von Schirach und ein Tatort mit Axel Milberg als Borowski um das Feld Fernsehen zu beackern oder aus welchen Gründen? Also auch gerade jetzt, also für mich ist es nicht mehr so dieser Unterschied zwischen, wie es früher noch strenger war, so dass man so ganz streng unterschieden hat zwischen Kino und Fernsehen oder sowas so. Das ist es nicht unbedingt. Also gerade die Streamer und so hat es ja alles auf andere Arten vermischt und so weiter. Und es gibt halt eben blöde Leute im Bereich Fernsehen, blöde Leute im Bereich Kino und gute Leute in beiden Bereichen. Und es kommt eher darauf an, mit wem man dann was zusammen macht und was für ein Stoff es ist. Und ich hatte wirklich Lust, damals habe ich auch noch ab und zu mal Tatort geguckt, das mache ich inzwischen auch nicht mehr so richtig, aber ein Tatort zu machen und es gab auch eine Idee für die Geschichte und so. Und genau, dann habe ich es einfach gemacht. Vielleicht machst du demnächst einen mit Jörg Hartmann. Nee, aber wie gesagt, ich versuche schon auch so ein bisschen Filme oder Sachen zu machen, wie ich mir selber auch die angucken würde praktisch. Und im Moment ist für mich Tatort nicht so ein Thema mehr. Was ist für dich ein Thema? Was ist denn das nächste Projekt oder willst du darüber nichts sagen? Oh, da gibt es, also es ist gerade wie so eine Phase, wo ich so wieder anfange praktisch, was zu entwickeln. Das heißt, da gibt es auch dann so mehrere Stoffe und irgendwann nach ein paar Monaten kristallisiert sich dann so heraus, was jetzt auch wirklich dann richtig gedreht wird. Im Moment ist so eine Phase, wo ich so verschiedene Sachen schreibe, entwickle praktisch und das wird es dann zeigen. An dieser Stelle sind Sie gefragt. Sie können jetzt Ihre Fragen zum Film, zum Regisseur, zum Oeuvre stellen, wie immer Sie wollen. Genau, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Können Sie das einmal durchgehen? Ja, auch von mir nochmal danke. Mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen, also von der musikalischen Unterlegung, von der Bildsprache her, auch weil die Farben selbst Sonne und Beton zum Ausdruck gebracht haben und damit irgendwie strukturell auch nochmal das Motto sehr schön verbildlicht haben. Aber Sie hatten eine Frage jetzt nicht so ganz beantwortet und zwar Sie hatten gesagt, dass bei dem ersten Film Sie interessiert hat, wieso sich eine Frau für die Nazi-Ideologie interessieren könnte oder identifizieren könnte. Aber Sie haben nicht gesagt, welche Frage Sie mit Sonne und Beton beantworten wollten. Ich glaube, bei Sonne und Beton war es eher so, eben, was Sie gesagt haben, der ursprüngliche Impuls war eher so, eben, wie ist es wirklich mit 14 praktisch so, also wie sind da die Widersprüche, wie funktioniert es da mit den Eltern so, dass man irgendwie, auch wenn man sich eigentlich gut versteht mit den Eltern, die einen dann doch nicht mehr verstehen können, dass man selber so seinen Weg da finden muss, das war es glaube ich so in dem Fall praktisch so, was mich neugierig gemacht hat oder was so ein Kern einfach war davon. Gibt es weitere Fragen oder auch Kommentare, das ist ja immer noch spannend. Ich komme nach vorne. Es würde mich interessieren, Sie sagen, dass junge Leute den Film angeschaut haben. Woher wissen Sie das? Liefe er in Multiplex oder werden die Leute nach dem Alter gefragt, wenn sie reinkommen? Also tatsächlich liefen wir überwiegend auch in Multiplexen praktisch und der Verleih erhebt natürlich auch diese Daten praktisch so. Also der hat dann schon natürlich einen Überblick praktisch so durch Stichproben, Auswertungen sozusagen so wie ist so die Zuschauerverbreitung und so und ist natürlich auch in Kontakt mit den Kinos und so weiter so. Vielleicht kannst du auch von der Premiere in Gruppestadt in dem Zuge mal berichten. Also genau, wir waren natürlich auch auf Kino-Tour, wir haben eine große Premiere in Gruppestadt gemacht, wo auch ganz viele natürlich aus Gruppestadt da waren. Ich war aber auch selber sozusagen in 15 verschiedenen Städten dabei, auch da sieht man natürlich das Publikum und was natürlich auch noch neu ist, ist so, dass natürlich Instagram nicht jetzt nur so ein Werbungsmittel ist, sondern es ist halt einfach auch so ein neuer Feedback oder die neue auch nicht, aber ein Feedback-Kanal praktisch so. Das heißt, über Insta kriegt man auch sehr viel Feedback praktisch so, auch gerade von jungen Leuten, die auch erzählen so, ich komme nicht aus der Gruppestadt, aber ich habe ähnliche Sachen im Leben erlebt und so weiter so und das hat mich sehr beschäftigt und das war eben ein Film aus meiner Lebensrealität so, also dadurch kriegt man das auch mit. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch im Kino jetzt nicht so eine Blackbox, sondern die Verleiher, die können das sehr genau dann sagen, wer jetzt jeweils wo drin ist. Noch ganz kurz als Nachfrage, weil du hast vorhin erzählt, dass dann aber ein Wandel irgendwann stattgefunden hat. Ja, also wir hätten jetzt eine Million nicht erreicht, wenn es jetzt nur Jugendliche gewesen wären, sondern das hat sich dann so in den, ab Woche vier, fünf oder so, da hat sich das so ein bisschen verschoben, dass es dann auch noch mehr in Athorsen lief und eher noch so ein gesetzteres, älteres Publikum auch dann drin war praktisch so. Also ohne das zu schaffen, wären wir jetzt nicht bei einer Million gelandet. Also ich kenne das Buch nicht und weiß also deshalb nicht, ob dort ein oder andere Frau auftaucht, die auch was taugt, weil ich habe einen Film gesehen von Jungs und von Männern, in allen Facetten Männer und die wenigen Frauen, die auftauchen, sind so am Ende oder sie sind junge Mädchen, die gemein sind oder sonst was. Also ich habe einfach Frauen vermisst in dem Film. Die gibt es dann nicht in dieser Szene oder wie ist das? Es ist keine Szene, es ist einfach, weiß nicht, eine Wohngegend so. Es ist ja nicht eine Szene praktisch so. Aber es ist aber klar, dass es in dem Fall wirklich eine junges Geschichte ist sozusagen so und dass es in einem Alter ist, wo die Mädchen auch eben noch sehr entfernt irgendwo sind sozusagen, also die Sehnsuchtsorte sind, aber die dann doch irgendwo weit weggerückt sind praktisch. Und das war einmal sehr wichtig praktisch und sicherlich hat auch einen Teil der Probleme, die die auch haben oder die in manchen Familien existieren, auch damit zu tun, dass eben da genau auch die Mütter oder die Frauen vielleicht auch fehlen. Danke für diesen tollen und wirklich emotional auch bewegenden Film mit der schauspielerischen Leistung von Jugendlichen, wo mich interessieren würde, ob da, wie gut die schon vorher gespielt haben oder wie der Film sie dazu gebracht hat, diese Leistung zu transportieren und ob innerhalb des Teams auch über die manchmal starke Überzeichnung von Typen gesprochen wurde, weil an die vorgehende Frage anschließend, das schien mir oftmals auch ziemlich stereotypisch, bestimmte Gruppierungen in ihrer Männlichkeit Gewaltverherrlichung zu porträtieren und vielleicht auch zu überzeichnen an der Stelle. Wurde das irgendwie zum Thema oder ist das ganz normal, das sind authentische Typen, sehen die sich so in der Realität? Wie war das innerhalb der Schauspielergruppe thematisiert, was man da porträtiert an der Gesellschaftsmilieu? Also wie gesagt, wie ich bereits gesagt habe, das Wichtige bei der Besetzung ist halt eben dieser Casting-Prozess gewesen. Das heißt, da war ein Kriterium eben zum Beispiel auch die Sprache und alle Jugendlichen, die dann weitergekommen sind, die mussten eben auch zeigen, dass sie diese Sprache auch verstehen, dass das für die nicht was ganz Fremdes ist sozusagen, auch so zu sprechen und dass es auch so, dass es irgendwie nah bei denen ist sozusagen. Und durch diesen Prozess, durch die mehreren Runden hat man auch sicher dann am Ende jemanden praktisch für eine jeweilige Rolle, wo schon klar ist, der passt dazu gut, weil der hat das auch im Casting schon gezeigt sozusagen. Und da musste man dann nur dann weiterarbeiten, dass das dann auch funktioniert, wenn dann mehr Team drumherum ist und so weiter so. Und dann, dass es wenn die Kamera da ist, aber es war sozusagen über ein halbes Jahr hinweg ein langer Prozess, die da immer schrittweise da weiter reinzuführen. Und da gehört das Casting auch schon dazu praktisch. dann die andere Frage, da müsst ihr dann halt nochmal wissen, auf welche Rollen sie das jetzt genau beziehen sozusagen. Also ich glaube halt so, gerade so der ältere Bruder von Lukas, wie der spricht und wie der sich gibt, das ist schon sehr nah dran an der Realität. Also gerade Louvre, der den spielt, der kommt auch wirklich aus der Gruppelstadt und so, der hat nochmal die Sprache nochmal anders drauf praktisch und das ist schon sehr nah an dem Umgang, wie die auch selber so sind praktisch. und natürlich gibt es natürlich, dann die andere Frage ist sozusagen, was bedeutet Stereotyp sozusagen? Es ist natürlich in der Realität so, dass gerade zu der Zeit viele der Drogendealer im Park hatten arabischen oder türkischen Hintergrund praktisch und ein Bruch von Klischees bedeutet für mich im Film nicht, dass man das ins Gegenteil verkehrt sozusagen. Tatsächlich hatten wir am Anfang Gespräche mit einem Streamer, wo es darum geht, ob die den Film sozusagen als Original machen und die hätten dann vorgeschlagen, ob das nicht eine lesbische Mädchengang sein könnte im Park sozusagen und das ist für mich total absurd sozusagen, versuchen Klischees zu brechen, in denen man ins Gegenteil geht. Für mich war es eher wichtiger, eher in die Tiefe zu gehen, dass man eben auch diesen Figuren zugesteht, dass die auch eben Menschen sind. Deswegen hat man auch eine Szene, bei dem auch zu Hause, wo man auch irgendwie so ein bisschen vielleicht verstehen kann, dass der selber unterzwängt und auch selber leidet sozusagen und in vielerlei Hinsicht gar nicht so anders ist als Lukas sozusagen. So, dass man dann eher in die Tiefe geht, als dass man versucht, sich komplett von der Realität irgendwie zu lösen. Ja, genau. Aber ansonsten mit Sprache und Glaubwürdigkeiten überzeichnen ist es natürlich auch da ein Prozess und ein Balancieren praktisch so. Es gibt natürlich auch Figuren wie Julius sozusagen, die sind so ein bisschen drüber, aber gerade die Figur basiert auf jemanden, den Felix wirklich kannte, der auch im echten Leben irgendwie so ein bisschen drüber ist sozusagen. Das heißt, es ging nicht darum, sozusagen möglichst minimalistisch zu spielen oder so oder alles so wegzuspielen oder so, sondern schon emotional auch ins Volle zu gehen auf jeden Fall und dadurch auch so ein bisschen das größer werden zu lassen. Aber natürlich ist es auch durch Musik und durch filmische Gestaltung ist es trotzdem auch irgendwo dann stilisiert sozusagen. Es ist ja jetzt nicht ein Dokumentarfilm oder es ist nicht nur einfach, wenn man die Kameras einfach nur mitlaufen lassen, so ist es natürlich insgesamt natürlich trotzdem auch gestaltet. Wir sind ja auch oft in so Debatten, wo es immer dann heißt, darf man das überhaupt noch? Also gerade wenn du jetzt sagst, eben diese, ich nenne es jetzt mal klischeehaften Darstellungen der Dealer oder so, hattest du diese Diskussion auch führen müssen oder hast du dich da von vornherein gegen verwehrt? Nein, es ist ja immer gut, Diskussionen zu führen, das ist ja immer gut praktisch so. Aber mir geht es darum, dass man das auch differenziert, dann auch wenn diskutiert praktisch so. Das ist im Moment natürlich auch die Frage, was man für eine Vorstellung von Film hat sozusagen. Also das ist, also soll Film praktisch eher so das zeigen, so eine Art Idealwelt zeigen praktisch, um dadurch Vorbildfunktionen zu haben. Das heißt, man zeigt sozusagen, wie es im Idealfall wäre praktisch und damit sozusagen Leute, die das dann sehen, dadurch pädagogisch erbaut sind praktisch oder sollte Film eher auch dann die Möglichkeit haben, auch unschöne Realität zu zeigen sozusagen und das heißt auch Figuren zu zeigen, die sich eben nicht politisch korrekt verhalten, sondern die eben auch rassistisch oder sonst irgendwas sind und dann auch das in der Sprache machen praktisch und das muss man natürlich abwägen so. Es ist halt genauso wie mit dem Rauchen so. Es ist natürlich so, Leute rauchen Realität, deswegen haben auch Leute im Film geraucht. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch Leute, die haben vielleicht angefangen zu rauchen, weil sie es mal in einem coolen Film gesehen haben. Das heißt, Film hat natürlich auch eine Verantwortung, sozusagen pädagogisch hart, mit was für einem Beispiel geht man voran oder was machen die Leute daraus. Aber trotzdem muss auch diese andere Seite möglich sein. Das heißt, auf Film muss auch ein Spiegel sein können oder auch schlechte Menschen dabei zeigen, wie sie schlechte Dinge tun, so praktisch. Und diese Diskussion gibt es halt, aber finde ich auch richtig, die zu führen so. Und das muss man dann von Film zu Film jeweils eine eigene Antwort finden. Ja, ich bin es nochmal. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, an welche anderen Filme mich der Film erinnert. Und einer ganz besonders war einfach diese Jungsfreundschaft und der Weg ins Krankenhaus und am Ende raus aus dem Krankenhaus. Erinnerte mich sehr an absolute Giganten. Und ich wollte nur mal fragen, gibt es so andere Filme, die Sie besonders irgendwie auch im Hintergrund hatten, als Sie den gedreht haben? Auf jeden Fall, also gerade bei dem sozusagen. Also Abschritte kenne ich natürlich. Der war jetzt nicht so vorne in meinem Bewusstsein, sondern eher so ein Film wie La Haine zum Beispiel. Aber auch gar nicht so, also was ich zum Beispiel an La Haine, also ich bin auch die Generation, die sicherlich mit La Haine auch aufgewachsen ist, und man arbeitet sich natürlich auch an so den eigenen Vorbildern dann so ab praktisch. Aber was ich besonders toll an La Haine fand, ist eben auch so dieser spielerische Umgang. Also der ist eigentlich dann gar nicht nur hart oder trist, sondern der hat sozusagen ganz viele poetische Sachen, die jetzt auch nicht streng genommen für die Handlung notwendig sind. Also sehr Filmeffekt-spielerische Sachen oder irgendwelche Flüge und so weiter. Und dadurch auch so eine Poesie und ein Humor eben auch. Und das fand ich total super an La Haine praktisch so. Aber wie gesagt, ich finde es gut, sich sozusagen auch natürlich dann Vorbilder zu nehmen, aber wenn, dann auch wirklich richtig gute Filme. Und La Haine ist das zweifelsohne. Ja, also ich musste auch an La Haine denken und an andere Banlieue-Filme aus Frankreich, aber ein Unterschied ist, dass in Frankreich würde die Gewalt aus der Konfrontation mit der Polizei kommen und hier ist die Polizei so harmlos und so nett und die werden nicht geschnappt, obwohl sie das wirklich wie Anfänger machen. Die Frage, entspricht das der Realität? Oder ist das im Buch? Also da gibt es auf jeden Fall, also die gesamte Struktur von Banlieue, also ist halt einfach auch anders sozusagen. Also das Ganze, wie das in Frankreich gesellschaftlich funktioniert, was da Paris und die Banlieue bedeutet und so weiter so. Und also da gibt es eben einfach dann auch in der Realität viele Unterschiede sozusagen, auch sicherlich wie Polizei funktioniert so. Und das ist natürlich, ist die Polizei in Deutschland jetzt nicht, da gibt es natürlich auch Rassismus und alles Mögliche und schlimme Vorfälle und so weiter so. Aber gerade, wie das, sagen wir mal, jetzt so innerhalb von Berlin, in Grobelstadt, von der Polizei betrieben wird, das ist einfach anders so. Das wäre jetzt irgendwie völlig falsch, die da irgendwie so knallhart irgendwie zu zeigen. Ja, das ist einfach anders. Zweitere Fragen? Ist auch die Komik nicht unwichtig, die daraus entsteht? Ja, genau. Also das nimmt sozusagen in dem Fall auch die Polizei weniger ernst sozusagen. Und gerade jetzt bei der Händel oder bei anderen Filmen ist die Polizei ganz Kern des Problems natürlich auch mit sozusagen. Aber es ist halt einfach da anders. Und das ist so ein bisschen, nimmt die Polizei da eher nicht ganz so ernst. Ich schaue nochmal in die Runde. Dann habe ich auch noch, weil du vorhin deine Kompagnons von der Produktionsfirma angesprochen hast, ohne sie namentlich zu nennen. Es ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass das Julia von Heinz und Erik Schmidt als Regisseure sind, neben Fabian Gasmia. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie ihr zusammenarbeitet? Guckt ihr dann auch gegenseitig über die Stoffe drüber? Arbeitet ihr zusammen oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir sind auch durchaus unterschiedlich, was ganz gut ist, weil man sich dann nicht so selber in die Quere kommt. Und ich sehe das eher so, dass man das den anderen eher so anbietet sozusagen. Also wir lesen dann auch mal mit oder gucken dann auch eben Rohrschnitt an oder so. Aber es geht auch so ein bisschen um Leben und Leben lassen sozusagen. Also ich würde jetzt nicht Julia vorschreiben, wie sie ihren Film machen soll oder welchen Film sie macht und so weiter. Es geht darum, dass jeder auch da so seinen Raum hat und seine Sachen machen kann praktisch. Und jeder hat auch so ein unterschiedliches Bedürfnis, also wie viel Feedback man dann will und so weiter. Aber wir versuchen trotzdem natürlich, trotzdem, die Firma ist ja nicht nur die Filme, sondern es ist überhaupt ein Eigenleben und so weiter. Und das zu gestalten, wie kann man das machen und so, wie kann man zusammenarbeiten, das überhaupt organisieren und so weiter. Da sind wir halt eng zusammen praktisch. Aber es geht auch darum, wie gesagt, auch den Einzelnen für sein Projekt jetzt auch Freiraum zu geben. Die traditionelle Abschlussfrage, wenn keine weiteren aus dem Publikum kommen. Diese Reihe trägt eine Frage im Titel. Und zwar, was tut sich im deutschen Film? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, weil du hast dich ja dann alleine auch schon durch die Gründung dieser Produktionsfirma und auch, man merkt ja deine Filmkunde an, wenn du jetzt über Vorbilder redest zum Beispiel. Gibt es, ja, wie würdest du diese Frage erstmal ohne Zusatzfrage beantworten? Was tut sich im deutschen Film? Das ist jetzt ganz unabhängig davon so. Also, wie Sie alle ja mitbekommen haben, jetzt losgetreten durch Til Schweiger und die Verwerfung, die es da gibt, sozusagen, das ist natürlich etwas, was auch den deutschen Filmen beschäftigt und so weiter. Also, da sind wir natürlich betroffen, wir haben auch andere Branchen. Also, wie geht man überhaupt um in so einem Team sozusagen? Wie viel, ich meine, Cholerik kann man Chefs erlauben und wie viel auch nicht und so? Was muss man da Neues finden und so? Bis hin zu, wie geht man jetzt mit Diversität um? und so weiter so. Wie geht man damit um, was Schauspieler sozusagen, wie weit weg sie etwas von sich selber spielen können und so weiter. Das sind alles so viele Themen, wo so viel Umbruch ist oder jetzt eben das Aufkommen von Künstler und Intelligenz sozusagen, was das alles verändern wird. Also, das sind noch Sachen, die uns, denke ich, in den nächsten Jahren ganz doll beschäftigen werden und das ganz doll prägen werden. Und siehst du irgendwelche, neben den beiden, die mit denen du in der Produktionsfirma bist, Verbündete, Brüder und Schwestern im Geiste, die Filme machen, wo du sagst, da fühle ich mich zugehörig? Bestimmt. Also, so, weil ich von der HFF in Potsdam komme, wo auch so eine Tradition ist, auch mit Dokumentarfilmen und mit dieser Art von Realismus oder poetischem Realismus, so sind sicherlich Filmemacher, auch wie Andreas Dresen in Deutschland oder so, sicherlich auch Vorbilder, weil es so eine ähnliche Richtung in gewisser Weise auch hat. Also, ich kann nur sagen, das finde ich ganz großartig, dass du uns diesen Film hier mitgebracht hast, weil es ist ein wirklich solitär, Uli hat es vorhin schon gesagt, in der deutschen Filmlandschaft voller Energie. Bevor wir dir dafür final danken, möchte ich noch ein bisschen Werbung für die nächste Veranstaltung dieser Reihe machen. Ende Juli, ist ein bisschen Zeit jetzt noch hin, am 30.07. wird Sonja Heiß hier sein mit der Verfilmung des Bestsellers von Joachim Mayrhoff. Wann wird es endlich wieder so, wie es niemals war? Ich bin gerade sehr, ob ihr den Titel hingekriegt habt. War auch nominiert für den Deutschen Filmpreis. Und ja, aber es war ein wunderbarer Abend. Danke für den tollen Film, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ulrich Sonnenschein natürlich, der das Gespräch geführt hat. Kommen Sie gut nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause.